Einen wunderschönen guten Abend aus einem Hotel im Bucharest. Ich habe mir heute eine lokale Delikatesse gekauft. Und zwar Geochips Bloody Mary Style. Und ich wollte die heute mal testen. Die Verpackung ist nicht offen. Ich hab die schon mal sicherheitshalber getestet. Nicht, dass ich dieses Video hinterher nicht machen kann. Deshalb... Oh, da kommt eine Nachricht rein. Ähm, die Zuschauerin Nydia H. fragt. Schmecken die denn nach Wodka? Hm, einen Moment. Nein. Aber... Ist ja auch keiner drin. Ist ja nicht das. Vielen Dank.